In Salz, Salpeter, Phosphorgluten, in dem Urin von rossigen Eselsstuten, in Schlangengift und in Altweiberspeil, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saal soll man die Lästerzungen schmoren. In diesem Saal. Soll man die Lästerzungen schmoren. Soll man die Lästerzungen schmoren. Salz, Salpeter, Phosphor glüten, in dem Urin von rossigen Eselstufen, in Schlangengift und in Altweiberstein, in Hundeschiss und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflucht. In diesem Sack soll man die Lästerzungen schmoren. Hartzett, ich habe auch einen Aufmerksamkeit, mit der Lästerzungen, eine Konteinwerke und Leitkölien, in der Erde, schmerz dich mit der Lästerzungen und Stürfung, weil es zuigence am Ende des Sprachen sind. Das muss die Lästerzungen und Trailer des Sprachen übernehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020